Wie soll man denn für einen Podcast Werbung machen? Ja, wie macht man denn für alles mögliche Werbung? Wie heißt der? Bellwunsch Berlin. Wann kommt der? Irgendwie Freitag, 0 Uhr. Ja, ist der gut? Der ist gut. Nein, der ist sehr gut. So macht man Werbung. Der ist super. Sehr gut. Sogar sehr, sehr gut. Meine Mutter mag den auch. Wohl der Beste, den man jemals gehört hat. So macht man Werbung. Mein Vater findet den Mittel. Ach, du Pisser.